Ich bin Jenny und wir möchten euch heute Kürn-Kronprinzip machen. Hallo, ich bin Elisabeth und das ist mein Kollege Markus aus Sympathie. Und wir wollen euch das Buch, eine gute Buchgeschichte vorstellen. Hallo, genau. Und zwar von... Es ist wirklich schade. Die Leipziger Buchmesse fällt nicht. Fällt aus. Hallo, ich bin Elisabeth und das ist mein Kollege Markus. Das ist total schade, denn wir treffen dort immer gerne Autoren, Illustratoren, jetzt bin ich im falschen Vermacher. Warte, 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 sorry. Okay, weiter. Ich bin Frank Milchewski. Ich bin eher als Leiter des Fördervereins Königsschweiß. Es ist wirklich schade, dass die Frank-U... Ja, hallo, ich bin Elisabeth und das ist mein Kollege Markus aus Sympathie. Und wir wollen euch heute eine Pusse-Kon-Geschichte vorstellen. Genau. Es ist wirklich sehr schade. Die Leipziger Buchmesse in Frankfurt... Ja, hallo, ich bin der Markus und das ist die Elisabeth, die wir vergessen zu sagen. Es ist wirklich sehr schade. Die Leipziger Buchmesse in Leipzig findet nicht statt. Ich kann zusammenstehen. Hey.